Es ist wieder soweit. Legends of Lidl. Heute fordert Alferica Jennifer Rosen. Und los geht's mit Spiel 1. Non-Food. Bio. Weinfelden. Feiern. Gemeinsam. Feierabend. Nicht zu schnell. Lager. Wow, super. Rund die 2. Schweiz. Ja. Weiter. Weiter. Kasse. Ja. 7. Weiter. Ah, so ein Specht, ja. Alferica, was macht Lidl Schweiz als Arbeitgeber aus? Gute Löhne, flexible Arbeitszeiten und Aufstiegsmöglichkeiten. Kommen wir zu Spiel 2. Was soll denn das sein? Hashtag Lidl. Ah. Fisch. Glasse. Soft Ice. Deine Zeit ist um, sorry. Herz. Apfel. Einen richtigen Picasso. Du musst schneller malen. Weiter. Stuhl. Stopp! Jennifer, wenn du eine Superkraft wählen könntest, welche wäre es? Meine Superkraft wäre Fliegen. Denn so würde ich viel schneller von A nach B kommen und mein Team unterstützen. Weiter geht's mit Spiel 3. Apfel. Hopp! Sonnencreme. Gib Gas. Prospekt. Konserve. Äh, Mais. Chips. Pafferica. Das Spiel ist zu Ende. Chips. Das habe ich auch gerne. Walnüssen. Sonnencreme. Sonnencreme. Prospekt. Teoroller. Konserve. Super gemacht. Wir haben eine Siegerin. Gratulation, du legend. Danke. Danke, sind ihr dabei gewesen. Das nächste Duell wartet schon. landlock. Das nächste Duell. displhov Wochen. Denise. retirement. Schmähler. Sanat. tornado. 불powers.